Hallo ihr Lieben, heute haben wir wieder ein großartiges Design für euch. Viel Spaß beim Anschauen. Die fertig gefalten und entstoppten Nägel werden mit dem Pinsel Speed Lacquer Nr. 4 und unserem Artist Gel Candlelight in zwei dünnen Schichten lackiert. Dabei lasse ich jede Schicht 120 Sekunden aushärten. Nach dem Aushärten wird die Inhibitionsschicht mit dem Impuls Tonic entfernt. Für die Verzierung verwende ich die Vollgard Farbe Cosmos Black und den Pinsel Artist Silhouette Nr. 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Um meinem Design mit einfachen Mitteln den letzten Schliff zu verleihen, werden mit der Acrylmalfarbe Titanweiß und unserem Glasspotty kleine Punkte gesetzt. Nun wird das Design mit dem High Gloss Clear versiegelt und 120 Sekunden ausgehärtet. Zu guter Letzt wird die Inhibitionsschicht mit dem Impuls Tonic entfernt und Et voilà, fertig ist das tolle Design. Und Ausgrab des ZDF forcing �